Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer erneuten Veranstaltung des Einstein-Forum online. Ich freue mich, dass wir heute Abend Fritz Breithaupt begrüßen können von der Indiana University in Bloomington und zwar in unserer lang andauernden Reihe schon Passions in Cultures, also zur Theorie und Geschichte der Emotionen hier im Einstein-Forum. Ich hatte schon lange den Wunsch, Fritz Breithaupt einmal zu dieser Reihe einladen zu können oder zu einer Tagung und hatte die Hoffnung, dass er kommen würde. Die Hoffnung muss bleiben. Nach Potsdam konnte er leider heute auch nicht kommen, aber immerhin ist er jetzt virtuell bei uns und wird uns einen Vortrag halten zum Stille Post spielen. Wunderbarerweise konnten wir da auch Dieter Thome als Moderator gewinnen von der Universität St. Gallen, der dort Professor für Philosophie ist und gerade mit dem Narrativen in der Philosophie und überhaupt sich auskennt. Ein älteres Buch von ihm heißt ja bekanntlich Erzähle dich selbst. In letzter Zeit hat er einige Bücher geschrieben zu Helden zum Beispiel, warum wir Helden brauchen. Ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, diesen Abend heute zu moderieren und gebe ihm gleich das Wort, um Fritz Breithaupt vorzustellen. Sage vorab nur noch zwei, drei technische Details, die Sie vielleicht wissen, wenn Sie schon öfter mal Vorträge vom Einstein-Forum gehört haben. Ansonsten ist es relativ einfach. Wir hören jetzt erst mal den Vortrag von Fritz Breithaupt. Dann übernimmt Dieter Thome die Moderation, stellt selbst erst zwei, drei Fragen. Während der Zeit können Sie dann schon Ihre eigenen Fragen vorbereiten und in einer Funktion eintippen. Die heißt entweder F&A oder Q&A und ist Ihnen unten auf der Leiste. Wenn Sie diese Fragen eintippen, dann sehen wir die hier und Dieter Thome wird sie dann aufnehmen und einbringen, vorlesen und dann kann Fritz Breithaupt sie beantworten. Ja, alles weiter dann. Dieter Thome, ich übergebe dir das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank. Er hat seit vielen Jahren im German Department, war lange Chair, hat seinen Doktortitel an der Johns Hopkins Universität 1997 erworben und ich habe seine Publikationen über viele Jahre verfolgt. Fritz Breithaupt ist ein ganz besonderer Literaturwissenschaftler und ich weiß nicht genau, wie viele Witze schon gemacht worden sind im Rahmen von Vorstellungen, die mit deinem Nachnamen operiert haben. Wahrscheinlich schon viele, aber jedenfalls liegt es nahe, darüber Witze zu machen, dass er nämlich ein breites Haupt hat. Denn es gibt viele Germanisten, die sich in letzter Zeit den Naturwissenschaften gewissermaßen an den Hals geworfen haben und die dann meinetwegen untersuchen, was im Gehirn passiert, wenn die Leute irgendwelche erotischen Passagen aus Romanen lesen. Es gibt auch viele Germanisten, die sich sehr politisch äußern und zeitdiagnostisch arbeiten und Literatur und Gesellschaftstheorie verbinden. Ich nenne jetzt keinen Namen für diese beiden Varianten, aber es gibt sehr, sehr wenige, die ein so breites Haupt haben, dass sie eben alles drei tun. Also die Literatur ernst nehmen, die Naturwissenschaften, insbesondere die Kognitionswissenschaften ernst nehmen und gleichzeitig auch noch gesellschaftspolitisch relevante Dinge in ihren Büchern diskutieren. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderes herausstechendes Merkmal der Arbeiten von Fritz Breithaupt. Nach einem frühen Buch über Goethe hat er dann vier Bücher geschrieben, die ich Ihnen ans Herz legen will. Das erste heißt Der Ich-Effekt des Geldes. Und da merkt man schon die Verbindung zwischen Literatur und Gesellschaftstheorie, auch Ökonomie, sehr deutlich. Denn da geht es dann eben um die Romane und die Rolle des Geldes in Romanen. Dieses Thema der Narration zieht sich durch die Bücher. Das nächste Buch, was dann eine sehr rege Diskussion ausgelöst hat, hieß dann Kulturen der Empathie. Und da wurde dann insbesondere diese Verbindung zwischen Literatur und den Kognitionswissenschaften oder auch der Hirnforschung zu Gefühlen thematisiert. Das nächste Buch bleibt bei der Kultur im Titel, befasst sich aber mit der Ausrede. Und da ist dann wieder diese Erzählung als ein Mittel, mit dem man sich rausschlawinert sozusagen in ganz zentraler Weise thematisch. Und diese politische Seite, die in seinem zweiten Buch über das Geld und das Ich schon deutlich wurde, wird dann in dem nächsten Buch die dunklen Seiten der Empathie dann auch nochmal deutlich in Kombination mit den Kognitionswissenschaften. Denn da, das ist gewissermaßen so das Spiegelbuch zu den Kulturen der Empathie. Denn da geht es dann auch darum, dass zum Beispiel Empathie dazu führen, dazu eingesetzt werden kann, dass man blind einem Menschen folgt, der eben diese empathischen Reaktionen auslöst. Stichwort autoritäre, populistische Führer. Also Sie sehen, da ist viel Zündstoff, viel spannende Thematik versammelt in diesen Büchern. Und das, was wir heute erleben, ist sowas, wenn ich das richtig verstanden habe, wie eine exklusive Vorpremiere zu seinem nächsten Buch, über das du vielleicht dann auch noch was sagen wirst, was dann, glaube ich, im nächsten Jahr bei Surkamp erscheinen wird, wo es eben dann auch um Emotionen und das narrative Denken geht. Aber der Stille Post, die Stille Post ist jetzt heute für uns exklusiv vorgesehen. Vielen Dank, Fritz, und wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also ich werde jetzt natürlich erst mal ganz schmal nach diesen Worten von Dieter Thome. Kein breites Haupt mehr. Ich kann jetzt nur noch enttäuschen. Und Enttäuschung ist natürlich auch schon mal eine interessante Emotion und daraus können wir schon was machen. Also da werden wir mal sehen. Heute werden wir eben sehen, wie man sich mit Erzählungen nicht so sehr hinausschlawinert, wie bei der Ausrede, sondern eher hineinschlawinert. Genau dazu kommen wir noch. Erstmal auch meinen herzlichen Dank natürlich an Rüdiger Zill und das Einstein-Forum hier. Das ist großartig, auch wenn ich jetzt heute leider nicht in Potsdam bin. Ich bin in Glückstadt, immerhin schon so fast auf dem gleichen Breitengrad. Also wir nähern uns an, wir nähern uns an. Es ist auf jeden Fall eine große Ehre für mich, dass ich hier heute meine Sandkastenspiele entfalten darf vor Publikum. Mal sehen, was dabei passiert. Ich beginne hier und werde mich auf eine PowerPoint beziehen. Ich habe gerade vorhin schon gehört, dass die Verbindung mit mir nicht immer großartig war. Das macht aber nichts auf meinen PowerPoints. Da steht nicht viel drauf. Da sind mir Bilder drauf und ich werde das Wesentliche immer erzählen. Also selbst wenn wir da mal irgendwie schlechten Kontakt haben, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, jetzt habe ich erst mal hier das PowerPoint eingestellt. Sehr schön. Also, Stille Postspiele, Emotionen und das Narrative Denken. Gut, hier fangen wir an. Ich fange wirklich an bei etwas für mich ganz, ganz Zentralem. Als Menschen haben wir eine wirklich ganz großartige Fähigkeit. Wir können uns nämlich aus unserem Moment des Hier-und-Jetzt-Seins, unserem Bewusstsein, dass wir genau an einem bestimmten Ort sind, bei mir derzeit Glückstadt, wie Sie gehört haben, aus dem wir hinausdenken können, hinausfühlen können, hinausfantasieren können, und plötzlich irgendwo anders sind. Das ist für einen sehr, wahrscheinlich eine sehr, sehr spezielle Fähigkeit, dass wir unseren Körper mental verlassen können. Interessanterweise bleiben wir aber auch, wenn wir den Körper so mental verlassen, uns in irgendwie eine andere, eine Menschen hineinversetzen, in eine Situation oder einen Tagtraum haben, bleiben wir auch da meistens innerhalb von einer Situation und an einer Stelle stehen. Also auch da ist eine gewisse Einmaligkeit von diesem Bewusstsein, bleibt erhalten. Aber wir können über, wir sind nicht an diese eine Präsenz gebunden. Dafür gibt es viele Namen für diese Fähigkeit. Einbildungskraft. Oder auf Englisch heißt es jetzt in der Psychologie häufig Transpitation. Empathie. Auch das gehört dazu. Fantasie. Ich möchte heute im ganz Allgemeinen davon sprechen, und deshalb benutze ich ein sehr allgemeines Wort, ein schönes deutsches Unwort hier, ein Monsterwort Bewusstseinsmobilität. Mir geht es eben genau darum, wie wir das schaffen, dass wir uns aus unserem, aus dem Gefängnis unseres Kopfes in gewisser Weise hinaus bewegen können und in andere Richtungen bewegen. Diese Bewusstseinsmobilität erweitert den Umkreis unseres Miterlebens erheblich. Wir können uns natürlich mit anderen Menschen am gleichen Ort und in der gleichen Situation befinden. In dem Falle könnte man reden, wir davon reden, dass wir etwas miterleben oder eben zusammen erleben. Aber als Menschen können wir eben auch unser Vergangenes erleben oder unser nur fantasiertes Erleben teilen. Ein Mensch kann einem anderen Menschen erzählen, was ihm oder ihr passiert ist. Und der andere Mensch kann sich das vorstellen. Er kann es geistig vor Augen sehen. Aber er stellt es sich eben nicht nur vor, sondern er geht dann selber auch diesen Weg mit. Der andere Mensch versetzt sich dann so in diese Figur hinein, eine Hauptfigur da in der Regel, nicht immer, und identifiziert sich mit der, ist verschmilzt mit ihr, aber gleichzeitig weiß er oder sie auch doch noch, dass da eine gewisse Distanz ist. Also ein ganz sonderbares identisch sein und nicht identisch sein auf diesem Weg dessen, was in der Erzählung oder in der Geschichte, die da erzählt wird, vorgestellt wird. Genau das ist es, was mich heute interessiert. Und was mich daran interessiert, ist, wie wir dieses Miterleben schaffen und wie genau das narrative Denken uns dahin führen kann, dass uns derartiges gelingt. Und die erste Frage, das ist natürlich eine sehr große Frage, die erste Frage hier, die ich mir da stelle, ist, warum wir uns darauf einlassen? Warum machen wir diesen Schritt aus dem eigenen Kopf mit? Wie können wir das? Einerseits ist es eine Fähigkeit, aber es ist auch eine Frage, warum wir das tun. Denn es gibt immerhin Kosten dabei. Es gibt mentale Energie und auch einen Verlust des eigenen Körpergefühls. Wer sich plötzlich in eine andere Situation hinein begibt, weiß nicht mehr so genau, was gerade um ihn herum passiert. Das kann sehr schön sein. Also so, wenn ich abends irgendwo sitze und mein Buch lese, ist das großartig. Aber wenn ich beim Autofahren plötzlich irgendwie einen Tagtraum habe, der dann sehr intensiv wird, dann ist das möglicherweise lebensgefährlich. Und zwar nicht nur für mich. Also das ist kein ganz einfacher Vorgang, wo wir sagen müssten, ja, das machen wir nicht automatisch. Und die These, die ich hier mitgebracht habe, die ich vorstellen möchte, ist, dass die Narrationen einerseits diese Bewusstseinsmobilität ermöglichen, aber auch, das ist dann mir das Zentrale heute, dass sie das belohnen, dass die Narration selber uns den Anreiz hat zu bieten, dass wir genau diesen Sprung über uns hinaus auch tatsächlich vollziehen wollen. Und genau darüber möchte ich reden. So, und wenn wir darüber reden wollen, dann muss man sich fragen, okay, was sind Narrationen, wie kommt man da hin und all diese Dinge hier. Also was sind die zentralen Dinge, Merkmale des narrativen Denkens? Dazu gibt es sehr verschiedene Vorstellungen. Und das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir da hinkommen. Der Vorschlag, den ich heute hier machen möchte, war in meinem Titel schon angekündigt, nämlich, wir wollen uns dieser Frage des narrativen Denkens und der Narration überhaupt, dieser Fähigkeit mittels der stillen Postspiele nähern. Die Idee ist dabei, dass man, wenn man etwas weitererzählt von einem zum anderen, wie auf diesem schönen Klatschgebild hier von Norman Rockwell, dass dabei sehr Verschiedenes natürlich transportiert wird, aber natürlich auch immer eigentlich das, was eine Erzählung ausmacht. Wenn ein Mensch etwas anderem etwas weitererzählt und er das dann wiederum weitererzählt, dann sollte man sagen, was auch immer genau der Inhalt ist, zumindest bleibt es eine Erzählung. Und das ist genau dasjenige, was sich dabei rausfiltert. Hängen bleibt die Erzählung und alles, was eigentlich nicht so wichtig ist oder sowas, kann dabei fallen gelassen werden. Stille Postspiele sind vergnügliche Partyspiele. Sie sind aber auch ein wissenschaftliches Verfahren. Man spricht in dem Falle von einer sogenannten seriellen Reproduktion, in der das gleiche Material immer wieder erinnert wird. Entweder von dem gleichen Menschen oder von Ketten von Menschen, in der ein Mensch oder eine Generation Information an eine andere weitergibt. Und wenn man das versucht zu untersuchen, dann erlauben diese seriellen Reproduktionen einem ziemlich genau zu bestimmen, was stabil bleibt, was sich also nicht verändert, was verfehlt, was verändert wird oder was optimiert wird. Und genau diese Eigenschaft, dass da beobachtet werden kann, welche Information verstärkt wird oder sich verändert, werden wir heute ausnutzen. Also es gibt den einfachen Fall der Stabilität. Etwas bleibt erhalten über die Zeit. Eine Pyramide ist eine Pyramide ist eine Pyramide. Es gibt auch die Möglichkeit des Verfalls. Dinge, die nicht interessieren, die nicht wichtig sind oder aus anderen Gründen fallen gelassen werden, verschwinden mit der Zeit. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Innovation. Es gibt neue Dinge aus der Pyramide, wird dann über viele Sprünge dann das wunderschöne Opernhaus in Sydney und dergleichen mehr. Es gibt verschiedene Muster da. Dieses Verfahren der seriellen Reproduktion geht zurück auf einen Psychologen aus Cambridge, Frederick Bartlett in seinem 1932 erschienenen Buch Remembering. Er hat dort mit Erzählungen gearbeitet, aber auch mit Bildserien. Ich beginne mal kurz mit einer Bildserie, um dieses Verfahren nochmal zu illustrieren. Er hat hier mit einer Schleiereule, mit einer ägyptisch stilisierten Schleiereule angefangen. Das hat er einem Probanden, einem Versuchsteilnehmer vorgelegt. Dann hat er das Bild weggenommen und er musste das nun, oder die musste das dann selber aufzeichnen. Und so ging es in lange Reihen weiter. Jedes der Bilder, was wir hier sehen, war von jemand verschiedenen gezeichnet worden. Was wir hier sehen, ist, dass der erste Nachzeichner hat ziemlich deutlich eine Eule nachgezeichnet, hat interessanterweise Ohren dazu gedacht. Schleiereulen haben eigentlich keine Ohren, aber plötzlich gab es diese Ohren. Und dann wird das irgendwann so ein zotteliger, fusseliger Haufen mit Ohrenspitzen. Das könnte einmal zwischendurch auch eine Maus sein oder sowas, aber dann entscheidet sich ein Nachzeichner oder eine Nachzeichnerin dazu, dass diese weiße Eule inzwischen, dass das, was er oder sie da gesehen hat, dass das wahrscheinlich eine schwarze Katze war. Und in dem Moment, wo es eine schwarze Katze ist, bleibt es schwarze Katze. Von da an verschafft es jeder Nachzeichner, stabil eine schwarze Katze weiterzugeben. Also diese, etwas wurde hier stabilisiert, natürlich nicht im Sinne des Originals, aber von da an bleibt es fest. Frederik Bartlett hat nun daraus den Schluss gezogen, dass Stereotype, das, was bei uns im Kopf steht, dann letztlich, was wir erwarten, dass das derjenige ist, das, was bleibt. Er hat nun auf Narrationen genau gleich, oder er sagte, dass es die gleiche These ist, hat er argumentiert, dass auch da Stereotype, aber eigentlich Kausalitäten verfestigt werden. Wenn man eine Geschichte hat, dann bleibt das bestehen, dass, warum jemand etwas macht, diese Rationalität, rationale Seite oder kausale Seite einer Geschichte ist dasjenige, was erhalten bleibt. Also die Erwartung, sagt ja, was eine Narration ist, ist genau das. Und das ist auch heute noch das Standardmodell von Narration in der Psychologie, dieses, also von den sogenannten Diskurs Processes, dass man diese kausalen Entitäten erzeugt, in irgendeiner Weise. Warum, wer was mit wem tut. Natürlich gibt es davon Erweiterungen, aber im Großen und Ganzen steht da noch Bartlett dahinter. Nun ist das etwas problematisch. Bartlett selber hat als Ausgang seiner Narration eine kulturfremde Geschichte gewählt, die für seine damals britischen Versuchsteilnehmer erst mal sehr viele Rätsel aufgab. Es war eine Geschichte der nordamerikanischen Ureinwohner, die erst mal wirklich schwierig zu verstehen ist. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch jetzt immer noch nicht, obwohl ich sie oft gelesen habe, ob ich sie eigentlich verstehe. In dem Prozess des Nacherzählens wurde daraus dann plötzlich wieder eine sehr, uns im Westen zumindest sehr verständliche Geschichte aus den Geistern etwa, die da erscheinen, also mythischen Wesen, wird plötzlich bei manchen Nacherzählern ein Stamm von Menschen, die sich zufälligerweise Geister nennen. Sie werden also irgendwie in so ein normales Gefüge hinein rationalisiert und kausalisiert. Plötzlich werden das normale Wesen, die wir mit kleinen Strichzeichnen wieder verstehen können. Das heißt also, dass Bartlett für dieses Modell der Narration eigentlich eine ganz ungewöhnliche Ausgangsgeschichte gewählt hat. Nämlich eine ungewöhnliche Geschichte, die wir nicht verstehen. Der Normalfall des Erzählens, und hier rede ich, also ob es nun Klatsch ist oder ob man einen juristischen Fall beschreibt oder eine Lebensgeschichte von sich offeriert, da handelt es sich natürlich am meisten immer darum, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass man es ungefähr versteht. Oder man versteht auch, was man nicht versteht. Dann ist ein Rätsel in der Geschichte drin, aber das ist dann fest umrissen. Das heißt, der Normalfall des Erzählens ist dann von Bartlett genau nicht angesprochen worden. Das ist nun der Ausgangspunkt dafür, dass meine Mitarbeiter und ich mich entschlossen haben, selber viele stille Postspiele zu spielen mit vielen Menschen. Wir haben tatsächlich eine Reihe von Studien dann gefertigt. Ich werde hier von zwei reden und danach noch von einem ganz anderen stillen Postspiel reden. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben von Versuchsteilnehmern Freiwilligen Geschichten gesammelt. Das war die Studie 1. Wir haben einfach Menschen gebeten, uns Geschichten zu erzählen. Und zwar wir haben sie auf eine ungefähre Länge festgelegt, so 13 bis 15 Sätze, also eine halbe Seite, da passiert schon einiges. Und wir hatten in diesem Falle gesagt, die sollten uns froh oder traurige oder leicht traurige Geschichten erzählen, um damit ihnen eine NGF-Sekohärenz zu verleihen. Und die Geschichten haben wir dann in Ketten nacherzählen lassen. Wir haben, ich erzähle dazu gleich noch mehr, in der zweiten Studie, die wir parallel durchgeführt haben, haben wir selber Geschichten erzeugt, also das Team der Forschenden und haben dabei Basisgeschichten entwickelt und haben dann nur die letzten zwei Sätze variiert. Das Ziel war, wir wollten hohe Vergleichsbarkeit haben und in der Variation des Endes haben wir die Stärke der Emotion, der Hauptemotion einer Geschichte variiert, von ganz schwach bis ganz stark. Also das Ende war zum Beispiel ganz leicht peinlich bis mittelpeinlich, peinlich bis höchst peinlich. Aber ansonsten war die ganze Vorgeschichte oder alles bis dahin führende genau gleich. Und auch in diesem Falle haben wir dann jede dieser Einzelgeschichten von einem anderen Menschen nacherzählen lassen. Wir haben diesen Menschen nie gesagt und auch keine Hinweise in irgendeiner Weise verbreitet, dass wir an Emotionen interessiert sind. Wir waren auch nicht nur an Emotionen interessiert, wir waren ja auch Rationalität, Kausalität und vielen anderen interessiert. Der eine Mensch hat das nacherzählt, dann wurde es zum nächsten geleitet, der hat es auch nacherzählt und die hat es dann auch wiederum nacherzählt, bis wir drei Generationen von Nacherzählungen hatten von jeder Geschichte. Das haben wir parallel häufig mit der gleichen Geschichte 50 Mal gemacht, mit vielen vielen Menschen und so weiter. Daraus kam dann insgesamt hatten wir dann 16.700 etwas Teilnehmer an diesen beiden Versuchs rein und insgesamt hatten wir 18.700 Nacherzählungen die wir jetzt hier berücksichtigen. Es waren noch mehr, aber da ging es um anderes. Wir haben dann, ich werde relativ technisch, aber da kommen wir gleich raus. Wir hatten dann jede der Geschichten wiederum nicht selber bewertet, wie stark ist nun diese Emotion. Das können wir gar nicht gut beurteilen. Das haben auch wieder große Zahlen von Versuchsteilnehmern gemacht. Die haben diese Geschichten gelesen und haben die ausgewertet nach verschiedenen Kriterien. Jede der Nacherzählungen und auch jede der Originalgeschichten. Die haben die ausgewertet nach ganz gut, das muss man hier nicht alles lesen. Andere Versuchsteilnehmer haben ausgewertet, wie stark war die Emotion, welches war die Emotion, wie stark war sie in der Geschichte. Dann haben sie verschiedene Aspekte von Rationalität und Kausalität und Kohärenz bewertet und immer noch die Qualität der Geschichte bewertet. Also ist die Geschichte langweilig oder ich hatte Vergnügen mit dieser Geschichte. Letztes wirklich technische Vorbereitung und das muss man jetzt nicht verstehen, wir haben ein Modell der Auswertung dafür entwickelt. Das Wesentliche, was man hier wissen muss, wie man diese quadratischen Grafiken lesen kann, da muss man auf der x-Achse unten sehen, da geht es von 0 bis 3, das heißt links ist 0, das ist die Originalgeschichte und da sieht man, wie sich das verändert auf der x-Achse von 1. Nacherzählung zur dritten, welche Bewegung sich da ergeben. Die bunten Linien sind jeweils Ketten etwas idealisiert hier natürlich, links auf der y-Achse sieht man dann das Kriterium, nach dem etwas bewertet wird, also zum Beispiel Kohärenz, ist die sehr stark Kohärenz oben oder ganz wenig Kohärenz und in der Grafik selber in der Mitte ist dann diese bunte Linie, das ist die Trendline, also die Durchschnittslinie, wie sich das verändert von Nacherzählung zu Nacherzählung. Das reicht jetzt aber mit den Vorbemerkung, jetzt komme ich zu den Ergebnissen endlich und wir müssen nur nach unten links gucken, das ist jetzt hier die Grafik, die sich ergibt von der Kausalität und Rationalisierung, alle Kriterien zusammengenommen, Kohärenz auch mit drin, da sieht man, dass es die Trendlinie abfällt, da wo der rote Kreis drum riss, die Trendlinie geht vom Original unter, das heißt Kohärenz, Rationalisierung nimmt ab, entgegen dem, was haben, die Qualität nimmt auch ab, was unten hoch geht, ist nur die Langweiligkeit, oben links ist diese, das Vergnügen nimmt ab, Langweiligkeit nimmt zu, aber, und jetzt kommt das Interessante, bestimmte Emotionen bleiben stabil, links unten Traurigkeit, da sieht man lauter parallele Linien, da passiert nichts, da passiert nichts in Bezug auf die Traurigkeit, obwohl, und dazu kommen wir gleich, die Geschichten sich nämlich sehr verändert haben, sie werden sehr viel kürzer, die meisten Leute lassen immer eine Reihe von Sätzen wegfallen, und am Ende sind die Geschichten eher so drei Satzgeschichten oder vier Satzgeschichten, und vieles anderes verändert sich auch, Traurigkeit ist gleich geblieben, Freude oder Happiness ebenfalls praktisch gleich geblieben, es gibt da, wenn man das etwas, man sieht, oben links sieht man dieses Quadrat mit in etwas wirreren Linien, es geht natürlich Bewegung, aber im Durchschnitt keine, keine Veränderung, Peinlichkeit, kurze Bemerkung, ist die Trendlinie unten links, also die Hauptlinie auch unverändert, aber, was jetzt passiert ist, was interessant ist, verdichtet sich, das heißt, die starke Peinlichkeit nimmt ab, die wird so mittlere Peinlichkeit, da kommt jemand so aus dem Schlimmsten raus, aber, leichte Peinlichkeiten, so leichte Vergehen, werden, die werden stärker mit der Zeit, die werden nicht fallen gelassen, nicht vergessen, sondern im Gegenteil, die werden zu einer mittelstarken Peinlichkeit hochgebaut. Das ist nun wichtig, wenn man sich vor Augen führt, dass Peinlichkeit auch mit Stigma, mit Scham zu tun hat, da bleibt etwas hängen, also diese Geschichten einer kleinen Peinlichkeit werden erhalten, werden erinnert, werden weitergegeben und sogar verstärkt. Und das kann natürlich auch zu etwas wie Diskriminierung und so führen, also daran muss man sich erinnern, Peinlichkeiten sind anscheinend relativ gravierend. Das ist hier nur eine Nebenbemerkung für mich, aber für das, was mich interessiert, aber trotzdem natürlich sehr interessant. Eine Emotion oder mehrere Emotionen, aber eine vor allem nimmt ganz stark ab, das ist Ekel. Ekel interessiert anscheinend niemand oder niemand möchte es gerne weitererzählen. Insofern, da sehen wir einfach, Ekel wird nicht kommuniziert, warum wissen wir natürlich letztlich dann ganz genau nicht, aber wir vermuten, dass niemand das einfach so in den Mund nehmen wollte oder damit was tun wollte. Jetzt gebe ich Ihnen nochmal ein Beispiel. Das ist ganz hübsch und das lese ich jetzt nicht vor, aber ich erzähle die Geschichte hier. Daran kann man sehen, was dann nämlich häufiger passiert. Das war jetzt eine Geschichte, die uns ein Versuchsteilnehmer erzählt hat und diese Geschichte handelt von einem Menschen, der im Büro sitzt und da ist eine Spinne im Büro. Dann nimmt diese Frau eine kleine Schachtel und fängt die Spinne ein und geht mit der Schachtel in den Garten und will die Spinne jetzt in den Garten ins Gras klopfen, aber keine Spinne fällt raus. Die Frau guckt in die Schachtel, keine Spinne drin und dann sieht sie, dass diese Spinne so einmal einen kleinen Faden irgendwo so in der Luft hängt. Es gibt einen Moment von ästhetischer Schönheit in diesem Prozess des Raussetzens und dann letztlich befreit sie die Spinne nach draußen. Die Geschichte ist also auf dem Spektrum der Freude, der Positivität angesiedelt. So, nach drei Nacherzählungen, das lese ich jetzt doch auf Englisch vor, das ist eine sehr viel kürzere Geschichte geworden, da steht nun folgendes. I tried to direct a spider out of my office, giving it a chance to leave. It stuck around and I actually started to like it more and now we are friends. Das heißt, diese verkürzte Variante hat diesen ganzen Garten und diese ganze Operation mit der Schachtel, die eigentlich sehr hübsch war, weggelassen. Was gleich, interessant ist natürlich dieses schöne Wort it's stuck around, diese Metapher, dass die Spinne an dem Faden in der Schachtel ist jetzt dieses Englische it's stuck around. also es blieb irgendwie, also so, die Spinne haute nicht ab, die bleibt kleben, irgendwie sowas. Man kann das nicht, glaube ich, in der Spinnenmetaphorik übersetzen. Aber die Spinne blieb im Büro und jetzt das Entscheidende, wir wurden Freunde. Also die Positivität der Freude, die Spinne in den Garten zu setzen, wird jetzt die Freude, dass wir, ja, befreundet sind. Das heißt, die Positivität in diesem Falle, die Happiness wurde im Durchschnitt von unseren Teilnehmern als relativ ähnlich bewertet oder ziemlich ähnlich. Beide Geschichten sind jetzt kohärent. Kohärenz hat ja hier nicht stark abgenommen. Rationalisierung. In vielen anderen Fällen sind die Nacherzählungen dann auch weniger rational. Diese nächste Geschichte überspringe ich jetzt. Da hätten wir noch einen anderen Fall. So, jetzt komme ich aber nach diesen Resultaten hier zu den Thesen, die ich daraus ableiten möchte. Erste allgemeine These ist hier, dass wir nun Vermutungen darüber anstellen, was im Nacherzählungsprozess vor sich geht. Wir vermuten, dass die Hörer der Geschichte, wenn Sie das erst einmal aufnehmen, die Geschichte verdichten zu einer Gesamtemotion. Was auch immer da passiert, es wird irgendwie eine Emotion. Und dann, im Prozess des Nacherzählens, wird erst einmal diese Emotion wieder aufgerufen. Also, welche Emotion es ist und auch, wie intensiv sie ist. Wie stark traurig, wie nicht traurig. Und dann wird für diese Emotion, die da aufgerufen wurde, werden so narrative Teile aufgerufen, die dazu passen könnten. Da werden natürlich bevorzugte Teile aus der Originalgeschichte wieder aufgerufen, also etwa wieder eine Spinne. Aber wie genau das dann zusammengefügt wird, wird dann untergeordnet über diese Emotion, die da aufgerufen wurde. Also auch, da muss das Original nicht mehr dabei sein. Also, es gibt jetzt neue Kausalitäten, die unterworfen bleiben dieser Emotion. Konkrete Thesen. Also, Präservation von bestimmten Emotionen ist implizites Ziel des Nacherzählens. Also, die Emotionen sind zentral. Das gilt für Freude, Trauer, Überraschung und Peinlichkeit auf jeden Fall. Kausalität und Rationalisierung nehmen ab, zumindest bei solchen Alltagsgeschichten. Die Fakten werden den Emotionen angepasst. Also, die Schachtel, der Spinne und die Spinne, die jetzt zum Freund wird. Die Fakten sind variabler. Die Emotion bleibt die gleiche. Und jetzt gibt es noch ein anderes Element, was ich nur kurz erwähne, dass nämlich die Emotionen in manchen Fällen hin und her wandern in der Geschichte. In längeren Geschichten, in meinen 15 Sätzen, das ist nicht so kurz, da gibt es meistens mehrere Ereignisse. Da haben wir häufig beobachtet, dass die Emotion mit einer bestimmten Intensität hin und her springt in der Geschichte, aber am Ende eben gerade erhalten bleibt. Also, das zeigt auch wieder, wie variabel letztlich das Material benutzt wird. Das gilt vor allem nun für Überraschung und Freude, für die anderen Emotionen weniger deutlich. und jetzt komme ich hier zur ersten Schlussfolgerung, nämlich die Frage, was dann letztlich Narration ist. Und hier möchte ich das Standardmodell der Narration, zumindest das, was in der Psychologie regelmäßig benutzt wird, etwas revidieren. Ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, aber es muss etwas ergänzt werden. Also, statt zu sagen, warum, wer was mit wem macht, glaube ich, müssen wir dazu denken oder vielleicht sogar an erste Stelle stellen, diese Frage des, wie fühlt sich eine Situation an? Wenn wir in einer Situation sind, eine narrative Situation, wie fühlt sich das dann an? Wie wird das aufgelöst? Mit welcher Narration steht man am Ende? Als These formuliert, meine erste Pyramide, Emotionen sind der Anker des narrativen Denkens. Also, die Emotionen stehen an ganz zentraler Stelle in diesem Prozess des narrativen Denkens. Das war die erste These, beziehungsweise das ist jetzt das Ergebnis dieser Studie, die wir vorgenommen haben. Nun reden wir heute von stille Postspielen und da fallen dem einen oder anderen auch andere Beispiele ein. Und ich möchte jetzt noch ein zweites Beispiel von solchen möglicherweise stille Postspielen aufnehmen, um auch darüber noch mal meine Gedanken noch mal ein bisschen so zu reflektieren und zu sehen, ob das dem auch in etwa entspricht. Und hier möchte ich etwas kürzer über die Grimmschen Märchen sprechen. Die Grimmschen Märchen, die ersten aufgeschriebenen, gedruckten Volksmärchen irgendwo, von denen wir bisher wissen, werden in der Regel auch als Produkte langer, oraler Ketten der Nacherzählung gekennzeichnet. Das stimmt wahrscheinlich bei allen, nicht allen Märchen. Manche davon waren wirklich Kunstmärchen, aber bei manchen anderen stimmt es, dass die über lange Zeit auch überliefert worden sind. sodass wir uns auch bei den Märchen fragen können, was hier stabilisiert und gesteigert wird. Und ich komme direkt auf den Kern meiner These hier zu den Märchen hin zu sprechen und möchte erstmal sagen, dass die Märchen keine einfachen Formen sind. Die sind zumindest schon mal in sich irgendwie gedoppelt. Es gibt eigentlich zwei Narrative, die sich in den meisten Märchen irgendwie überlagern und verschachteln. Wir haben das erste Narrativ, das sich als ein passives Narrativ bezeichnet würde, das mit der Verwundbarkeit beginnt, also ein Waisenkind wird in den Wald ausgesetzt, das also mit dieser Verwundbarkeit beginnt, über eine Gefahr läuft und am Ende zu Rettung führt. Der Jäger kommt und rettet das Kind. Oder etwas anderes, Helfer kommen in irgendeiner Weise, wo der Held also verwundbar ist und am Ende gerettet wird. Nun gibt es ein zweites Narrativ, in dem die Protagonisten aktiv sind. Das sind die, also ich habe als Beispiel für jedes obere die Rotkäppchen, unten habe ich den gestiefelten Kater dazu gemacht als Bildchen. Da haben wir eine Herausforderung, einen Test für die Protagonisten, den diese Protagonisten dann bestehen und dafür am Ende belohnt werden. also der gestiefelte Kater schaffte es, aus seiner schwierigen Situation hinaus zu kommen. Und die typische Überlagerung, meistens sind die beiden ineinander verwoben, findet sich etwa, man kann fast auf jedes Märchen zeigen, in Hänsel und Gretel, wo die beiden verwundbaren Kinder in den Wald ausgesetzt werden, aber die ganze Zeit haben wir die schlaue Gretel, die auf viele dieser Testszenarien, immer die Herausforderung, immer noch eine Antwort findet und die dann letztlich das auch schafft, der Gefahr zu entgehen. Also es gibt Rettung, aber es gibt auch, es ist gleichzeitig auch Belohnung dafür, dass Gretel eben so schlau war und das geschafft hat, sie rauszuführen. Diese Überlagerung der beiden Narrative führt nun dazu, dass letztlich, die sich dann auch dazu bündelt, dass sie im Ende übereinstimmen, führt dazu, dass eigentlich die Verwundbarkeit der weisen Kinder, der ausgesetzten Kinder selber zur Belohnung führt. Also es gibt nicht nur Rettung, sondern auch Belohnung. Das heißt, eigentlich ist die ideologische Nachricht der Märchen besteht daran zu sagen, Verwundbarkeit wird belohnt. Das ist, mit diesem Satz könnte ich sagen, das ist im Grunde meine These zu den Grimmschen Märchen hier. Jetzt möchte ich das kurz wieder auf das stille Postspiel hier beziehen. Das heißt, erstens einmal, Verwundbarkeit bleibt bestehen und wird sogar optimiert. Das sind immer nur Waisenkinder, meistens nur das Mädchen, der Junge oder sowas. Man hat häufig keinen Namen mehr. Das ist optimale Verwundbarkeit. Die wird gesteigert. Zweiter Punkt, das ist jetzt auch wieder nur eine historische Nebenbemerkung. Die Verwundbarkeit wird um 1800 zur Waffe, zur Waffe des Bürgertums gegen die Aristokratie. Aristokratie ist natürlich, wird durch Geburt vermittelt. Aristokraten sind eigentlich unveränderbar. Sie sind geboren und haben schon blaues Blut. Das wird nicht mehr verfärbt. Die Bürger dagegen sind veränderbar. Sie haben Bildung, aber eben auch Verwundbarkeit. Sie sind affizierbar. Sie wandeln sich. Und genau das wird in diesen Märchen nun zur Tugend erhoben. Die Verwundbarkeit wird belohnt. Das ist, die Stärke des Bürgertums ist genau das, diese Affizierbarkeit, Veränderbarkeit, das Haben von Gefühlen, das Leiden. Und das ist dann der dritte Punkt, dass genau diese Verwundbarkeit eben selber belohnt wird. Sie führt zur Belohnung, sie führt zu dem guten Ende im Märchen. Das heißt, es gibt auch eine Einheit von Verwundbarkeit als Tugend, die direkt zur Belohnung wird. Das heißt, anders gesagt, die Affizierbarkeit, das Gefühle haben, ist bereits die Belohnung. Also auch hier steht, genau dieser gefühlsvolle Mensch ist das Ziel und die Belohnung der Narration des Märchens. Immerhin der erfolgreichsten Narration in den letzten Jahrhunderten. Also diese grimmischen Märchen sind nicht zu unterschätzen in der Beziehung. Das heißt nun hier meine zweite Pyramide als Lese, Emotionen sind die Belohnung für das narrative Denken. Und genau das scheint mir nun der entscheidende Punkt auch zu sein für unsere Bewusstseinsmobilität, ist, dass die Emotionen uns hineinlocken und hineinziehen, dass wir in die Emotionen, in die Narration einsteigen wollen. Wir wissen bei den Narrationen, bei den narrativen Episoden schon, dass sie in Emotionen münden, dass sie uns auch mit den Emotionen wieder entlassen aus der Geschichte. Die Enden, da kommen wir dann auch wieder raus. Und diese Emotionen sind Bereicherung, aber eben auch ein sehr positiver Anreiz für uns. Ich gebe ein paar Beispiele dafür. Lange Liste, so sieht das erstmal aus. Die Emotionen als Belohnung für das narrative Denken. Da können wir an sehr viele klassische narrative und auch ästhetische Emotionen denken. Der Triumph. Da denken wir vielleicht als erstes an irgendwelche Superheroes, also die Superhelden von Marvel und so weiter, aber es gibt auch viele kleine Triumphe, dass man irgendwas geschafft hat. Auch die Alltagsgeschichten haben Triumph dran. Das ist eine sehr verbreitete Emotion. Staunen. Staunen ist Belohnung der Neugier. Also Narrationen machen uns neugierig. Wir wollen wissen, wie es ausgeht, was passiert da. Und mit der Auflösung gibt es auch ein Staunen, ein Wundern darüber, was da plötzlich möglich ist. Und das ist selber die Belohnung. Gar nicht das Wissen. Das Wissen ist meistens nebensächlich. Na ja gut, jetzt weiß man irgendwas. Aber das Staunen ist dasjenige, was uns eigentlich da hineinlockt. Vielleicht auch den einen oder anderen Wissenschaftler. Auch wir haben das Staunen noch nicht verlernt. Ganz wichtig, Genugtuung. Die meisten großen Werke der Literatur sind Moralerzählungen. Am Ende gewinnen die Guten und die Bösen werden bestraft. Und auch da gibt es auch bei der Bestrafe eine positive Emotion. Die Genugtuung bei der verdienten Strafe Satisfikation. Auch das ist eine Emotion, die uns belohnt am Ende dafür, dass da etwas passiert. Gut, die Liste ist lang. Ich könnte sie viel länger machen. Rührung, Erlösung. Endlich ist etwas passiert. Aber auch ganz andere Emotionen hier. Aufrütteln. Ärger. Narrationen können uns auch aufrütteln. Es kann da Ärger erzeugt werden. Und das kann uns dazu führen, endlich zu handeln. Endlich zu agitieren. Also so, dass man jetzt mal was macht. Hier denke ich jetzt auch wieder an die Werke, das letzte große Werk hier von Dieter Thume, den Puer Robustus. Es gibt ein Aufrütteln auch einmal, dass man etwas tut. Auch da gibt es eine narrative Komponente. Die erhabene Erschütterung bei tragischen Überraschungen. Vielleicht erwähne ich noch den letzten Punkt hier. Die therapeutischen Effekte bei kollektiven Narrativen. Die großen Narrative, kollektive Narrative, von denen wir sprechen, haben meistens eine therapeutische Wirkung. Es gibt eine Emotion, mit der sie uns irgendwie entlassen, mit der sie uns eine Auflösung eines Problems geben oder eine Krise bewältigen. Das kann auch durch Schuldzuschreibung sein. Also wenn wir die Krise von 2008 nehmen, die Bankerkrise, dann wissen wir, ja, die bösen Banker in Amerika, die waren schuld. Aber auch das ist, mit dieser Emotion wissen wir, haben wir eine Zuordnung. sie erlaubt uns, das zu lösen. Und bei vielen Narrationen suchen wir diese Emotion, die uns da hinausführt. Gut, aber jetzt komme ich auch schon zum Schluss. Wir wollen ja auch noch Zeit für Fragen und Gespräch haben. Ich erwähne zwei ganz andere Punkte nur, weil sie zu erwähnen sind hier. Natürlich gibt es andere Aspekte noch zu Emotionen und Narration, die wichtig sind. Ein Punkt ist die Intensität, die wir im Narrativen miterleben fühlen, die sich auch daraus verdankt, dass wir immer nur an einem Punkt in der Geschichte sind und in diesem einen Punkt ist immer ganz viel möglich. Spannung, Hoffnung, Furcht, dass etwas Schlimmes passiert. Und in solchen Fällen rede ich von Multiversionalität. Man denkt, dass in jedem Moment alles anders kommen könnte. Also wir stehen an einem Punkt und wir haben immer eine Spannweite von Möglichkeiten. Auch das gehört natürlich zu dem Thema Emotionen und Narration dazu. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Eine andere Frage, die mich auch sehr interessiert, die ich aber nur mal einmal kurz anstoßen möchte hier, ist, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, Narrationen zu lernen, also diese Kulturkraft der Narration für uns zu entdecken. Und ich glaube, dass wir, also ich kann es mir eigentlich nur richtig vorstellen, dass das über Bühnen passiert ist. Bühnen im weiteren Sinne, nämlich als Vorführung vor Publikum, die dann kollektiv dem Aufmerksamkeit widmen, was da ihnen vorgestellt, vorgespielt wird, wo sie sehen, ah, was da mir jetzt vorgestellt und vorgespielt wird, passiert nicht jetzt hier in diesem Moment, sondern da wird etwas erzählt, etwas dargestellt, was bei der Jagd passiert ist oder was im Dorf passiert ist und wo ich nicht dabei war, was mir jetzt aber mitgeteilt wird. Das heißt, um Erzählen möglich zu machen, muss man sich das vorstellen, dieses Zuschauen muss entdeckt werden, das Zuhören als Kulturtechnik. Das kann man vielleicht auch als Ausrede benutzen, wenn man jetzt irgendwie Fußballspielen gucken will, es gibt ja wichtige Spiele diese Tage, Zuschauen ist Kulturtechnik, also wir machen da Kultur, wenn wir das tun. Aber gut, davon rede ich jetzt nicht weiter und es gibt natürlich andere Aspekte des Narrativen, des Planens und so weiter, des Narrativen Denkens, die man erwähnen könnte. Aber stattdessen komme ich hier zum Schluss, damit wir unsere Fragen stellen können und diskutieren können. Schlussthesen, ganz einfach, ganz einfach und das ist genau, wo ich jetzt sagen würde, okay, versuchen Sie sich, das ist jetzt meine These, das müssen Sie sich merken, alles andere bitte gerne vergessen. Wir wissen ja aus den Stille Postspielen, dass nicht immer alles hängen bleibt oder dass es sehr verändert wird. Das These jetzt also hier, das Miterleben und unser mobiles Bewusstsein oder diese Bewusstseinsmobilität werden durch narratives Denken angeregt und kultiviert und eingeübt wird dieses narrative Denken, weil es durch Emotionen belohnt wird. Also die Emotionen sind unser Preis, dass wir dieses Ganze mitmachen. Deshalb, wir ahnen, wir wissen schon, was da auf uns zukommt. Und insofern noch das letzte Schlusswort an alle Eltern, an alle Lehrer, Geschichten erzählen. Auch das muss geübt werden. Und ich hoffe, dass in der Schule oder zu Hause viele Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen und weiter erzählen werden und das auch einüben in irgendeiner Weise. Okay, jetzt höre ich aber auf. Jetzt höre ich auch mit dem Shared Screen hier und übergebe das Wort erstmal an Dieter Thome. Vielen Dank. Ich klatsche stellvertretend Beifall und erlaube mir, Sie nochmal zu ermutigen, in der F&A-Option oder Q&A-Option Fragen schriftlich zu deponieren, die ich dann gerne auch an Fritz Breithaupt direkt weitergebe. Beginne aber selbst mit einer Frage du hast von den Experimenten berichtet mit den selbsterfundenen Geschichten, die sich dann stark verwandeln. Ich wäre jetzt gespannt, ob du mal darüber nachgedacht hast, Literatur auch in dieser Prüfung zu unterziehen und die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, ob Literatur sich vielleicht gerade dadurch auszeichnet, dass man sie noch viel schlechter nacherzählen kann als diese Alltagsgeschichten. Jedenfalls stelle ich mir das extrem schwierig vor, jetzt so eine Art Nacherzählung zu bieten. Also da gibt es einen Menschen, der darüber nachdenkt, dass er irgendeinen Beruf ergreifen könnte oder sonst was machen könnte, das gefällt ihm aber alles nicht, weiß nicht so richtig, was er machen soll, irgendwie passiert dann alles mögliche und es gibt Verwicklungen aller Art und er beginnt eine etwas seltsame amoröse Beziehung mit seiner Schwester und das Ganze klingt so furchtbar banal und ist der Mann ohne Eigenschaften oder da ist der Vater umgebracht worden und jetzt versucht der Sohn rauszukriegen, was da passiert ist und hat dann einen Verdacht gegen den neuen Lover seiner Mutter oder was auch immer, dann bist du behandelt und irgendwie wird es dann so furchtbar banal und du hast ja sehr betont die sozusagen Kondensierung, also auch die Vereinfachung der Geschichte, das ist ja unweigerlich der Fall, wenn was nacherzählt wird, man versucht so viel wie möglich zu behalten, aber man kann sich dann nicht alles merken und das heißt, es wird eindimensional und ist dann nicht vielleicht eine gesellschaftliche, aber auch kommunikative, lebensgeschichtliche Herausforderung für uns alle Eindimensionalität zu verhindern oder ist es einfach auch was, was man in Kauf nehmen muss, weil es auch, du hast es ja betont, dann eben so eine Klarheit ins Leben bringt, also die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Multidimensionalität der Vieldeutigkeit von Literatur um, ist das jetzt was Gutes oder ist das irgendwie auch vielleicht was Überkandidetes, was lebensfeindliches, weil es immer alles so furchtbar komplex ist? Großartig, danke, danke, also ich versuche das so der Reihe nach abzuarbeiten, du sprichst da ganz viele ganz tolle Zusammenhänge an, das erste ist natürlich in der Tat das, wie du schon vermutest, dass wenn wir nicht unbedingt tausend Seiten des Mann ohne Eigenschaften nacherzählen lassen, das haben wir uns noch nicht getraut, aber wenn wir so kleine Episoden oder kleine Teile da nacherzählen lassen, dann wird das in der Regel tatsächlich banal, längst natürlich verschieden, also es trifft sich da nicht so, dass die alle gleich werden, die Geschichten, sondern verschiedene Hörer und Leser entwickeln verschiedene Stränge davon weiter, also die konsentieren, es wird nicht immer die gleiche Geschichte, das heißt insofern wird auch in dem Nacherzählen bleibt noch ein Aspekt des literarischen Aktivs, nämlich dass es sich nicht in eine Richtung aufschreibt, die Leute erzählen plötzlich die Geschichte aus der einen oder anderen Perspektive nach und das sind ganz verschiedene Geschichten, je nachdem welche Perspektive man einnimmt. Perspektiven sind sehr schwierig zu überspringen, das haben wir in verschiedenen Versuchen immer wiederum festgestellt, da habe ich interessante Anekdoten zu, aber insofern glaube ich tatsächlich, dass Literatur genau darin besteht, dass sie sehr multiversional ist und sich genau dieser einfachen Version widersetzt. Das ist auch die Stärke des Ganzen. Ich wäre jetzt der Letzte, der sagen würde, oh, die Wahrheit der Literatur ist dann das, was am Ende nacherzählt wird. Das wäre die gröbste oder eine brutalistische Auffassung von Literatur. Das wurde mal in der sogenannten empirischen Literaturwissenschaft so versucht. Das war genau der Versuch Kerngeschichten zu destillieren und so, zumindest bei manchen Autoren. Was mich jetzt daran interessiert, ist genau diese Möglichkeit, dass Literatur es uns wiederum vormacht, dass wir eigentlich immer wieder, also sowohl die Romanfiguren, aber auch als wir uns eigentlich an Stellen bewegen, in denen mehr als eine Dimension möglich ist. Im Leben tendieren wir natürlich dazu, dass wir uns in so eine Geschichte hineinleben, dass wir so nach einem ein bestimmtes Muster haben, wir legen uns fest. Du selber hast in deinem tollen Buch Erzähle dich selbst ja genau diese ideologisierende Seite des Erzählerischen auch bloßgestellt, dass man sich festlegt auf eine Lebensgeschichte und festklopft. Und das ist jetzt sehr einfach zu sagen hier. Und das Interessante ist, genau da ist ein Problem. Und Narration kann dazu führen, aber gerade diese Multiversionalität, diese ist doch alles noch anders kommen könnte, ist dann so das Moment der Hoffnung dabei, dass man da doch noch ausbrechen könnte. Und manchmal sieht man das im Literarischen, wo man plötzlich merkt, was für eine große Spanne von Möglichkeiten da steht, wie viel reicher das Leben ist. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen Menschen auch, dass er plötzlich dann aus dieser Einengung hinauskommen kann. Mittels von Literatur oder mittels der narrativen Energie, die dann dann auch freigesetzt wird. Vielen Dank. Ein absoluter Knaller in deinem Vortrag war dieser Satz Verbundbarkeit wird zur Waffe des Bürgertums gegen die Aristokratie. Und dahinter steckt ja sowas wie eine Feier der Educación Sentimental, wenn ich das richtig verstanden habe. Also eine Feier des Gefühls als einer Dimension, die eben nicht jetzt einfach nur passiv ist, sondern die Menschen bereichert, die Menschen feinfühliger macht und damit also auch eigentlich versierter macht im Umgang mit der Welt, vielleicht mit der Komplexität der Welt. Ich kriege das jetzt also das heißt Emotionen sind nicht einfach nur eine Schwäche, sondern Emotionen sind auch eine Stärke und diese Stärke ist dann auch gekoppelt mit dieser Bewusstseins Mobilität, die der Adel eben nicht aufweist. Trotzdem wäre ich dankbar, wenn du da noch mal ein paar Sätze dazu sagst, zu diesem Punkt, denn es gibt ja auch so eine andere Geschichte dieses Bürgertums, dessen Identität sich natürlich gegen Aristokratie entwickelt und da ist dann sozusagen die Rhetorik, die Aristokraten sind faul und wir sind tatkräftig. Und wie genau hängt jetzt sozusagen diese enorme Betonung der Tatkraft des Bürgers gegenüber dem faulen Aristokraten, der nur die Früchte anderer verzehrt, wie genau hängt diese Feier der Tatkraft zusammen mit der Feier der Verwundbarkeit? Sehr schön, sehr schön. Also danke, dass du gerade diesen Satz rausgegriffen hast. Ich habe mir beim Vortrag noch einen weiteren kleinen Satz verkniffen, den füge ich jetzt aber nach, weil es nämlich jetzt auch wiederum interessant ist, dass gerade der Komplex der Verwundbarkeit in den letzten Jahrzehnten auch wieder aufgegriffen worden ist. Der ist aufgegriffen worden natürlich jetzt in vielen Gegenwarts Diskussionen und Diskursen zur Aufwertung von unterdrückten Minderheiten und auch im Feminismus ist Verwundbarkeit wieder zu einem Kernbegriff und auch wirklich zu einer, auf Englisch sagt man so schön, has been weaponized, also ist wieder zu einer Waffe geworden. Das ist also erstmal schon mal bemerkenswert und das finde ich natürlich auch sehr spannend hier. In der Situation um 1800, um jetzt da zu bleiben, da glaube ich, dass du natürlich recht hast, es ist sozusagen die Angriffe gegen die Aristokratie finden auf dieser doppelten Ebene statt. Das eine zu sagen, okay, wir sind veränderbar, wir sind Bildungsbürger, das heißt, wir sind veränderbar, wir leiden auch, aber das Leiden prägt uns auch und macht uns zu anderen Menschen. Das ist so die eine Variante, die andere ist dann aber auch natürlich gerade weil wir leiden, arbeiten wir uns auch daraus, das heißt, wir müssen da irgendwie durch und diese Tatkräftigkeit wird dann sowas wie im Bildungsroman oder sowas dann auch etwas, was mit Verwundbarkeit unmittelbar verknüpft ist. Also weil wir leiden und uns aber auch dahin durchleben, können wir dann auch letztlich tatkräftig sein und sind auch deshalb mehr als diese faulen das Märchen macht das nicht, das sind keine Bildungsromane in dem Sinne, es ist nicht so, dass die Verwundbarkeit in den Grimmschen Märchen irgendwie dann direkt unmittelbar zu dieser Tatkraft hinüberführt. Das Märchen schafft das dann wiederum und das Märchen macht im Grunde gerade deshalb eigentlich noch etwas viel Spannenderes, das liefert nicht mal immer diese Kausalkette. Also Bildungsroman kann man sagen, okay, ich leide, mache aus mir was und komme dann am Ende gestärkt raus und leiste etwas. Ich leide und dafür kriege ich jetzt eine Belohnung. Das heißt, das Leiden selber wird direkt als belohnungswürdig eingestuft. Der Preis kommt. Hänsel und Gretel haben ja eigentlich, die haben nichts Tugendhaftes geleistet. Die haben diese alte Frau da verbrannt, die nicht lieb zu ihnen war wahrscheinlich, aber sie haben eigentlich keine moralische, also sie verdienen keine Belohnung. Sie verdienen natürlich, dass sie gut und fair behandelt werden, das ist ganz klar. Aber eine Belohnung, die Reichtümer haben sie in dem Sinne ja nicht verdient. Aber der Kurzschluss des Märchens ist, dass eben dieses Leiden, die Verwundbarkeit selber unmittelbar schon belohnt wird, als wäre es eine Tat. Dieses als wäre es eine Tat, ist für mich gerade der spannende Punkt Punkt dabei. Vielen Dank. Ich hätte noch viele andere Fragen, aber ich halte mich jetzt mal zurück, weil sehr interessante Fragen aus dem Publikum auch schon eingegangen sind. Wer noch was loswerden will, es gibt vielleicht noch die Chance, dass wir noch weitere Fragen im Rahmen der Veranstaltung unterbringen können. Aber ich beginne mal mit Sandra Huning, die sich sehr bedankt für den interessanten Vortrag und nachfragt, gibt es Unterschiede bei diesem Nacherzählen, bei der Reproduktion von Geschichten, wenn man auf die Art der Teilnehmer schaut? Also gibt es Unterschiede nach Race, Class, Gender, Alter? Ich weiß nicht, ob ihr da reingeschaut habt, ob ihr so spezifisch sein konntet, aber vielleicht kannst du dazu Mutmaßungen oder sogar Resultate mitteilen. Ja, vielen Dank erstmal natürlich für die schöne Frage von Sandra Huning. Vielen Dank. Ja, natürlich haben wir uns das auch ein bisschen angeschaut. Wir haben allerdings, glaube ich, nicht alle Merkmale von allen unseren Versuchsteilnehmern gesammelt. Aber was wir sagen können, ist das Folgende. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass es relativ deutliche Unterschiede zwischen Versuchsteilnehmern, die sich als Männer eingegeben haben oder Versuchsteilnehmer, die sich als Frauen klassifiziert haben, dass es dort deutliche Unterschiede gibt. Die waren erstaunlich gering. Gerade bei den Emotionen hat uns das sehr gewundert. Wir dachten, dass es da sehr viele spezifische Unterschiede gibt. Die einzige Emotion, und zwar wirklich die einzige von bisher sechs, bei denen wir wirklich mit vielen, vielen tausenden Menschen gearbeitet haben, wir haben kleinere Studien zu anderen, die einzige Emotion, wo es Unterschiede gab, war Peinlichkeit. Und das leuchtet dann wahrscheinlich auch ein, dass da das eine oder andere dann doch anders eingestuft wird. Aber ansonsten waren da sehr geringe Unterschiede. Die Unterschiede mit Alters, Alter, fielen deutlicher aus, aber auch für uns nicht so gravierend. Es stellte sich heraus, dass die Nacherzählungen länger waren, wenn sie von jungen Menschen vollzogen wurden. Also je jünger, desto mehr wurde da nacherzählt, mehr Dinge kamen vor. Es gab auch mehr Erfindungen, aber wenn wir verglichen haben, mit welcher Kerninformation ist geblieben, dann waren die Alten irgendwie effektiver. Die haben die gleiche Masse an Originalinformation beibehalten, wie die jüngeren Leute, ohne aber so viele Worte zu brauchen. Also das kann man nur, man könnte das jetzt so gut und schlecht darstellen und so weiter. Okay, die älteren Leute wissen stärker, darauf kommt es an und so weiter. Die jungen Spielist erzählen mir. Rasa, und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt sagen, da haben wir sehr einfache Klassifikationen benutzt, da müssen wir wahrscheinlich nochmal genauer nachsetzen und da hatten wir bei vielen Gruppen dann nicht wirklich statistisch signifikante Anzahlen dabei. Was uns da aufgefallen war, ist, dass es so bei Geschichten, in denen es um das Erleiden ging, dass da die weiße Mehrzahl unserer Versuchsteilnehmer bereiter war, irgendwie auch Leiden weiterzugeben. Während Menschen, die sich als nicht weiß klassifiziert haben, in der Regel Leiden eher abgestuft haben, das ging schneller verloren, also negative Emotionen. Aber da müssen wir genauer nachhaken, also da haben wir auf jeden Fall noch ein großes Manko. Wir werden unsere Daten auch relativ bald irgendwie auch ins Netz stellen, dann können auch andere Leute damit rumspielen, dass dieser Versuch, den ich vorhin vorgestellt habe, ist mit Abstand der größte Nacherzählungsversuch, der bisher jemals irgendwo durchgeführt wurde. Das geht heutzutage mit dem Internet, das ist jetzt nicht unbedingt, dass wir so großartig sind, sondern wir nutzen einfach die neuen Möglichkeiten und so viele Menschen spielen derzeit nicht stille Post. Genau, Corona kann vielleicht in diesem Fall die Forschung beflügeln, weil man sich dann plötzlich wieder in Gesellschaft fühlt, aber ihr habt ja auch schon lange davor angefangen mit diesen Experimenten. Anna Christine David legt Wert auf die Feststellung, dass sie keine Frage hätte, aber nur einen Kommentar. Der ist aber so interessant, dass ich ihn dir nicht vorenthalten will. Sie fühlt sich nämlich erinnert an Design Thinking, das nun auch in der Psychologie genutzt wird, um dazu anzuregen, viele Versionen von sich selbst zu erfinden. Siehe auch narrative Therapie, Reframing und bevor du antwortest, weil ich glaube, dieser Kommentar hat durchaus auch eine Antwort verdient, erlaube ich mir noch was dran zu hängen, denn narrative Therapie, ein Wort, das man fast unvermeidlich in den Kopf bekommt, was du aber nicht verwendet hast in deinem Vortrag, ist das Wort der Talking Cure, der Heilung durch Reden sozusagen, das ja auch in der Psychoanalyse eine große Rolle spielt und das ist ja auch diese Tradition der narrativen Therapie und hat sicher auch eine Verbindung zu dem, was du zur Belohnung gesagt hast. Gleichzeitig ist das, was Anna Christine David anspricht mit dem Reframing ja auch dann vielfach verwendet worden im Zusammenhang mit sich alles neu zurechtlegen, retrofitigen, die Vergangenheit, sich neu sozusagen streamlinen und all diese Dinge. Also das assoziiere ich nur hinzu, aber Hauptsache du kommentierst vielleicht den Kommentar von Anna Christine David. Ja, also ja, erst mal wirklich vielen Dank. Natürlich interessiert mich das sehr und gerade dieses Design Thinking Passt dann natürlich auch genau zu dem rein, was uns hier auch interessiert, dass die Leute plötzlich erkennen, dass sie mehr als eine Möglichkeit haben, dass sie sich auch anders erzählen können. Und auch wenn wir jetzt von wegen Talking Cure so was Dieter Thome noch eingeworfen hat, auch daran denken an dieses ursprüngliche Modell da vielleicht von Freud, wo er dachte, okay, wir versuchen mit Talking Cure, nähert sich dem Trauma an, bis es dann das Trauma bewältigen kann in der Nacherzählung. Wenn man dieses Modell jetzt etwas davon vielleicht das ursprüngliche Trauma abzieht und sagt, okay, da war ein Ursprung, irgendwas ist da passiert, selbst erzählen, man kann sich als ein anderer oder als eine andere plötzlich da erkennen und erzählen und reframe, dann passt das erstmal zu dem, was wir hier machen. Nun, eine interessante Sache, und ich habe das vorhin kurz in einem Stichwort erwähnt, die ich dazu sagen möchte, ist diese Schwierigkeit der Perspektivsprünge. Es gibt da Grenzen und genau das interessiert mich auch, also dass dieses Design Thinking und das Retrofitting und so weiter erlaubt einem vieles, aber auch nicht alles. Und diese Grenzen, also die Bahnen sehen sich dann doch diese Erzählungen, die einzelne Stränge bewegen, sind dabei sehr spannend. Wir sind dabei eigentlich eher zufällig drauf gestoßen. Wir hatten eine Studie um moralische Erzählungen, Esop-Geschichten, wo wir wollten sehen, wie gut verstehen die Leute eine moralische Lektion von diesen Esop-Fabeln. Und dann wollten sehen, Ertragen auf Situationen. Kurzes Beispiel, also der berühmte Rabe mit dem Käse, der Fuchs will den Käse klauen und macht dann dieses Kompliment an den Raben, also du kannst sicher so wunderschön singen oder wenn du singen kannst, bist du nicht nur der Schönste, sondern auch doch der beste Vogel überhaupt und so weiter und der Rabe fällt drauf rein, lässt den Käse fallen. Da haben alle Menschen sofort verstanden, die das irgendwie anwenden sollten auf andere Situationen oder nacherzählen sollten, lass dich nicht reinlegen, lass dich nicht reinlegen. Alle hatten die Perspektive von diesem Raben eingenommen. Jetzt wollten wir aber aus irgendwelchen Gründen nun wiederum, dass die Leute eigentlich die Perspektive des Fuchses einnehmen und sagen, hier, wenn du was willst, dann leg die anderen Leute rein, mach ihnen falsche Komplimente, schmier ihnen Honig in den Bart und Situationen, wo genau das die Lösung wäre. Und das ging nicht. Die Leute haben das nicht mitgemacht. Die waren Raben, die waren keine Füchse. Wir haben die Haare dran ausgerauft, um zu sehen, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie jetzt aufhören, Raben zu sein und Füchse zu werden. Und wir haben es nicht geschafft. Das heißt, warum ich das so umständig erzähle, auch auf die genau diese Möglichkeit des Design Thinkings, ja, Design Thinking with Limits, also man bleibt in Perspektiven oder da sind vorgefertigte Muster, aus denen muss man erstmal rausspringen können. Man muss erstmal verstehen, dass es überhaupt diese andere Perspektive gibt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Leute wie Füchse reden sollen und alle Leute reinlegen sollen, aber dass man diese Möglichkeit sieht. Dazu muss man also insofern vielen Dank. Rüdiger Zill schaltet sich ein. Das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Ja, aber ich würde auch gerne eine Frage stellen, wenn ich darf. Und zwar möchte ich einhaken an dem Ende des Vortrags, nämlich an der Situation des Theaters, die ja dann doch kommentiert wurde. Und da gibt so zwei Punkte, die mich nochmal spezieller interessieren würden. Also du hast jetzt gesprochen von der Belohnung durch Emotionen. Die Emotionen waren ja in erster Linie in inhaltlicher Natur. Die Frage war, die mich jetzt interessieren würde, ist, ob es möglich war und ob ihr es gemacht habt, in der Experimentalsituation sozusagen die Sozialität von solchen Erzählungen auch nochmal mit zu reflektieren. Ich komme deswegen drauf, weil ich mich sehr für Anekdoten interessiert habe, die Weitergabe von Anekdoten, die ja auch eine Art stille Post Spiele sind. Und das geschieht ja meistens auch darum, in Gruppen oder um auch Gruppen zu stabilisieren oder auch eben nicht zu stabilisieren, je nachdem. da ist durch diese Weitererzählung eine soziale Dynamik, es gibt auch unter Umständen emotionale Belohnungen vom Publikum, das heißt, man muss mitbedenken, wem man es erzählt und was will man eigentlich von dieser Person zurück haben, wenn man das erzählt. Die Maxime bei einer Anekdote ist ja nicht, sie muss stimmen, sondern sie muss gut erzählt sein. Deswegen würde ich mich interessieren, gibt es da eine Möglichkeit oder habt ihr das mit modelliert euren Experimenten und die zweite Idee, die mir dazu kam, die ist eigentlich relativ simpel, die lässt sich zusammenfassen, kann man eure Ergebnisse im Grunde mehr oder weniger als eine Ausdifferenzierung der aristotelischen Maxime von Theater erzeugt Furcht und Mitleid beziehungsweise bewältigt sie in Ja, vielen Dank, vielen Dank und zwar ganz konkret würde ich sagen, dass diese soziale Situation des Nacherzählens jetzt etwas ist, was wir viel deutlicher in den Blick kriegen müssen. Wir haben biswein das versucht zu simulieren in irgendeiner Weise, dass wir Angaben geben, an wen das warum weiter erzählt wird, eine Geschichte. Wir haben aber bisher davon abgesehen, zu sagen, dass da ein wirklicher Mensch sitzt oder sowas, der einem Feedback gibt, von dem man Rückmeldung bekommt. Und du hast natürlich recht, wenn da jemand sitzt, dem man eine Geschichte erzählt oder man erzählt eine Anekdote vor Publikum, dann sieht man, kommt die an oder nicht? Lachen die Leute oder lachen sie nicht? Oder sind die gespannt da auf die Pointe oder nicht? so weiter. Das ist noch eine ganz wesentliche Komponente bei dem Ganzen, die wir derzeit nur so annäherungsweise drin haben. Wir wissen schon jetzt von Versuchen, dass das in der Tat eine Rolle spielt und das ist eine ganz interessante Sache, das ist eine Studie, das haben wir auch nachvollzogen, aber es gibt eine Studie von Elizabeth Marsh, ich glaube von 2006, in der haben Nacherzähler von Geschichten entweder eher so ins Anekdotische erzählt, die haben witzig erzählt oder die haben mehr faktisch erzählt. Und dabei kam dann raus, dass natürlich wenn die witziger erzählt haben, war es witziger und das haben auch das Publikum verstanden oder wenn sie faktisch erzählt haben, war es faktischer. Aber dann kam immerhin noch bei raus, dass die Nacherzähler selber am Ende auch je nachdem, was sie erzählt hatten, auch diese Sachen als die Urgeschichte erinnert haben. Das heißt, wer faktisch nacherzählt hat, hat auch mehr Fakten erinnert, auch die Fakten, die sie selber nicht erzählt haben. Wenn die witzigen Nacherzähler sehr viele Sachen von den Fakten gar nicht mehr in Erinnerung hatten, selbst manchmal, wenn sie sie erzählt hatten, waren die nicht im Heck hängen geblieben. Es war ein Filter für sie, der über das Publikum gesteuert wurde. Wenn man Rückmeldung bekommt, das bleibt hängen. Das sehen wir bisher auch so. Wir versuchen, das können wir jetzt natürlich erst nach Corona wirklich machen, dass wir auch Geschichten wieder vor Publikum nacherzählen wollen. Das wird aber schwieriger sein, da kommen wir nicht auf unsere 20.000 Leute so schnell, die wir alle in unsere Laborräume reinschleppen müssen. Und da kommen auf das typische klassische Problem der Psychologie, geht, hat ja riesige Dilemma. Also erstens sind die meisten Studien nicht replizierbar, wie sich wir jetzt wissen. Und dann ist es zweitens noch so, selbst die, die replizierbar sind, sind replizierbar, wenn man amerikanische Studenten im Alter von 18 bis 22 Jahren als Versuchsteilnehmer nimmt. Für diese Gruppe gelten dann manche Versuche, aber auch für andere Gruppen schon nicht mehr. Das hat von den psychologischen Umständen der Menschen eigentlich sehr wenig. Was ja auch wieder ganz interessant ist. erstens, du hast unbedingt recht, das müssen wir berücksichtigen. Dein zweiter Punkt, Furcht und Mitleid, ja, natürlich. Also es ist für mich alles Lessing. Also ich bin da Lessing und natürlich das 18. Jahrhundert stehen in all dem ganz deutlich drin. Also diese Fähigkeit in der Bühne, dass man da etwas sieht, wo man plötzlich selber in dieser Situation hineinkommen kann. Lessing selber hat das als ein Simulieren von Ähnlichkeit beschrieben. Für Lessing ging eigentlich davon aus, dass wir uns nur sehr selten verstehen, dass alle Menschen verschieden sind, dass ich wird zum Panzer zwischen den Menschen oder die Individualität, aber in bestimmten Extremsituationen, da wären wir dann alle wieder gleich. Das heißt, wir oder eben, ich würde es etwas aufweichen, eigentlich Emotionen, da werden wir wieder gleich. Für Lessing waren das die Extremsituationen wie Furcht und Mitleid. Eine schreckliche Situation, die macht uns alle gleich. Das Leiden etwa. Ich würde sagen, ich würde es noch etwas weiter fassen und sagen, ja, eigentlich sehr viele Emotionen, auch mildere Emotionen und auch diese gemischten Emotionen, auch da werden wir sehr ähnlich. Wenn wir gerührt sind, auch das macht uns ähnlich. Wir sind dann vor ähnlichen Situationen gerührt. Insofern auf jeden Fall Furcht und Mitleid plus andere Emotionen. Nicht alle Emotionen, aber eine Reihe von denen. Ich übergebe an dieser Stelle auch an dich, Rüdiger. Ich glaube, wir haben unsere Zeit über Gebühr ausgenutzt. Ja, sehr gut. Ich glaube, es gab noch die Frage, ob man diesen Vortrag dann noch weiterhin nachlesen oder nachhören kann. Nachlesen auf alle Fälle demnächst, weil du das ja als, wie am Anfang schon gesagt worden ist, bei SDW glaube ich sogar auch, als Buch publizieren wirst, dann ausgiebiger mit viel mehr Details und anderen Möglichkeiten sich da zu informieren, nachsehen, also ob wir diesen normalerweise sagen wir stellen wir unsere Vorträge nach einer Zeit auch immer mit ins Netz. Ansonsten danke ich jetzt erst mal Dieter dir für die Moderation, vor allem natürlich Fritz Beithaupt für den Vortrag. Vielen Dank für diesen sehr informativen, sehr anregenden und hoffentlich auch fortzusetzenden Beitrag und die Diskussion. Ich möchte an der Stelle nur noch darauf hinweisen, die Corona Situation und die Online Situation in die wir dadurch geraten sind, lässt uns natürlich ein bisschen auch übertreiben, das heißt, wir haben jetzt morgen und übermorgen schon wieder Vorträge am Einstein Forum. Ich fange mal mit übermorgen an, weil es so schön passt, da reden nämlich Stephen Greenblatt und Carrie Harrison über Shakespeare und die politischen Dimensionen von Shakespeare auch für heute und morgen haben wir einen Vortrag von Emanuele Kocha Metamorphosis. Gehen Sie auf unsere Website, informieren Sie sich über die Details und vor allen Dingen klicken Sie dann sofort auf den Link, der Ihnen für die Vorträge die Zugangsberechtigung verschafft. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank auch für das Publikum. Ohne Publikum funktioniert nichts. Vielen Dank für die Fragen. Lieber Dieter.